Ich stehe auf Männer und also Mandramand soll eine Brille tragen. Mandramand braucht einen Bart, wie ich. Aber du hast dich gerade vor kurzem geoutet, ne? Ja. Und wie fühlst du dich jetzt darüber? Bescheuert. Bescheuert? Warum? Weil der mich nicht mehr redet mit mir. Aber glaubst du, bei mir war es tatsächlich so, ich habe auch Freunde gehabt, bis ich 27 war und dann habe ich meinen Traummann gefunden. Ja, wir haben uns unterhalten mit Schwulsein, als Mannsmann. Ich finde es toll, darüber zu reden, finde ich cool.